so und dann kommen wir dann auch zu dem nächsten let's play gleich im anschluss extermination day die meine 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 empfindlichen überländen schnack anpassen so wie sie wie sie ich hoffe dass der browser mit der grund weiter läuft ist ein kalgen eigentlich als das problem lassen wir mal überraschen wieso die verformat ist geht gut aus oh man es wird doch tatsächlich schon wo das lag gerade einfach nur ein flashlight die platz wie eine melone hallo ja ich glaube dass der browser im hintergrund läuft bleibt man doch in der performance wenn wir so ein fliegel mit mikro rohkler drinnen Hehehe, danke! Oh, Alter! Sehr geil, das Ganze! So, wir sollten nochmal speichern. Aber jetzt kommt ja der Part, wo gerne mal irgendwer zu Pinkies... Ach, Alter! Querschießen? Ach, ja, ich bin auf Realisten Tactical, ne? Kann das sein? Doch, müsste... Ähm... Muss also auch noch bitte aufpassen. Hallo! Sehr gut jetzt. Geht doch! Jawoll! Wer? Oh, er hat die aber gleich erledigt, deswegen haben wir die nicht zurückgeschossen. Interessant. Okay. Wie konnte ich denn eh nicht treffen, ey? Au! Das hat gesessen. Boah, Alter! Da... Habe ich wieder Auto-Eng aktiv, oder bin ich ja auch nur so schlecht? Nee, Auto-Eng ist der aktiviert. Okay, der wollte einfach nur so schlecht. Tut mir leid. Was? So, ja, so gut. Wo? Wuhu! Alter, kommt doch hier mit einer Uzi an. Arschloch. Uzi, Uzi, komm her. Trau dich, du Arsch. Ich geh nur sowieso. Wichser. Deine Mutter ist fett. Na? Oh, nö. Das ist weg drin. Na, komm her. Also. Ah! Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Scheiß Ernst. Ich bin tatsächlich nicht wirklich runtergefallen, oder? Ihr wollt doch verarschen. Hä? Ja, das war so nicht geplant. Ich lasse sie doch im ersten Mal. Wie dumm kann der KI eigentlich sein? So, jetzt ist aber hier spaßig. Boah. 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 Diese Scheiß Nachladen, ey. Dass das nicht funktioniert. Boah. 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 Oh. Boah. 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 Ich kann mich so nicht bewegen. Boah. 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 Alter, das war gerade eine Aktion mal wieder. So. Komm mal her. So. Okay. So. Hier nutze ich jetzt tatsächlich meine Granate einfach. Hä? Ach, ich habe den Broke-Bow-Cut ja noch gar nicht. Danke. Hä, wer will da was? Wer will da was? Komm mal raus, du Arsch. Arschloch. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Okay. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich leider nicht. Ich versteck mich! Halt! Halt! Oh! Ja, ist ja gut jetzt. Guck mal lieber runter hier. So, das Ding könnte ich jetzt tatsächlich mal mitnehmen. Ach, da sind die Avenger! Ach du Kacke! Boah, Alter! Oh! Scheiße, was tue ich hier? Vor allem bin ich halt kein einziger getroffen, einfach. Alter! Das muss sowas von halt gespeichert werden, Alter! Oh! Was zum... Was zur Hölle war das denn grad für ne Aktion, ey! Was? Pinkie? Ach so, da... Ach herr, da draußen sind doch noch die ersten Pinkies! Boah, Alter! Wenn ich da hinten runtergefallen will, hat mich komplett auf ein Konzept gebracht. Die folgende Frage ist, wo kann ich nicht lang? Eigentlich nur so. Da warten die ersten Pinkies auf mich. Hier kann ich glaube nicht zurück. Also doch, ich könnte da hoch, aber... Da werde ich vielleicht über den Haufen geschossen. Ja, ne, ich kann grad echt noch so lang. Ich müsste quasi da wieder hoch. Na gut, dann muss ich doch genial als Pinkies kämpfen. Trinkt ja alles nichts. Ähm... Das Schöne ist, die Lost Souls sind ja alle in dem Raum. Ähm... Kann also... Ich glaube mal fast gegen die Pinkies wäre die Waffe hier effektiver, oder? Kann ich die doppelhändig träumen? Nein, kann ich nicht. Kann ich die? Ja, die kann ich. Ich versuch einfach mal ein bisschen mit ein paar... Oh mein Gott. Ja, das hätte mir klar sein müssen, ich weiß. Und leck mich doch am Arsch. Tschüssi. Und schnell weg. Ach, da oben sind noch welche. Oh, schießen die nicht? Okay, doch. Tun sie. Hä? Oh! Der ist auch nach vorne gegangen. Interessant. Okay. Dann geh ich jetzt mal... Ähm... Ja komm, komm mal damit. Das war doch klar. Ihr kleinen Ficker. Ja, wer... Ja... Ich brauche... Ja... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, damit habe ich die Bereiche auch schon mal gesäubert, sehr schön. Dann geht es jetzt in die großen Getränkefässer da rein. Einmal Cola, einmal Fanta und einmal Sprite. Kennt man ja aus dem Jahrmarkt. Oha, woher kommst du denn her? Ich sollte mal etwas mehr Licht benutzen. Okay. Okay, jetzt wird es funny. Wie konnte der mich bitte schon beißen? Digga, wie können die sich bewegen? In dieser Muster. Oh, leck mich. Ah, ich hätte mal rennen sollen. Oh Gott, das war natürlich. Das war natürlich. Das war kackt. Geht doch. Meine Güte. So, jetzt antragen wir. Da war ja was, nachladen. Oh, was war das denn gerade? Danke dafür. Und die letzten. Sehr schön. Oh, mein Lüfter dreht wieder auf. Oh, mein Gott. So, damit haben wir jetzt beide Karten. Dann gucken wir jetzt nochmal ganz kurz hier wegen Munition. La Munition. Ach ja, weißt du, wo noch viel Munition liegt, ist natürlich, ähm, oh. So, Rüstung können wir gut gebrauchen. Äh, hier schulden wir nicht, dass die Munition noch rum. Sehr schön. Okay. Wie viel haben wir? Oh, wir sind voll. Geil. Dann können wir erstmal gucken, ob alle Waffen nachgeladen sind. Aber klar. Okay, alle Waffen sind nachgeladen. Das heißt, wir haben am meisten von der Pistole. Weil das kann man auch mit zwei Gegner. Mindestens. Bensunsweise kann auch hier mit der Schussfläche arbeiten. Die habe ich gleich mit der Rechnung rumliegen. Hier haben wir auch noch Munition rumliegen. Geil. Okay. Damit haben wir alles geschafft. Nicey, nicey. Ja, nächstes Level wird wieder das schön spaßige Level. Gott. Nicey, nicey. Aber ich weiß echt nicht, warum. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben die ganzen Levels erst ganz vor kurzem gemacht. Dabei ist doch das letzte Extermination Day Level, also Let's Play doch schon ewig her. Also, nicht ewig, aber dass wir die Levels gemacht haben, ist schon relativ lange her. Oder habe ich das vor kurzem privat gespielt? Ich weiß nicht, glaube ich ja, muss ich denn sein. Ich habe keine Ahnung. Egal, lassen wir. Klicker-Emos freut sich auch gerade. Haben wir schon eine Combo von 3x2 E5. Danke dafür. Ja, egal. In dem Sinne, schau mit V. Wir sehen. Vielen Dank.